Liebe TEV-Familie, heute für euch am Start der Wieland Markus. Ich begrüße euch vom wahrscheinlich schönsten Christbaum, was wir bei uns im Landkreis haben. Und für das, zur Weihnachtszeit, wünsche ich euch erst einmal frohe Weihnachten und bleibt es mir alle gesund. Die Auflösung für den TEV-Weihnachtskalender, mein Buchstabe, ist das A. Und jetzt kann ich nur noch sagen, wir sind Miersbach.